Achtsamkeitsübung Nummer 7 Übung zum Loslassen Der Begriff des Loslassens birgt die Gefahr eines grundlegenden Missverständnisses in sich. Bezogen auf Schmerz, ob nun körperlich oder seelisch, könnte man meinen, man lerne in einer solchen Loslassübung den Schmerz loszulassen. Das ist nicht möglich, leider. Was wir aber loslassen können, das sind all die leidverstärkenden Gedanken und Gefühle, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass wir unter Schmerzen leiden. In den bisherigen Übungen haben wir Schritt für Schritt gelernt, uns davon zu befreien, dass bei einer körperlichen Schmerzempfindung immer automatisch solche Gedanken an den Schmerz gekoppelt werden und dadurch echtes Leid entstehen lassen. Das Erstaunliche ist, dass der Erfolg umso schneller und nachhaltiger eintritt, je gelassener und weniger ehrgeizig wir dabei ans Werk gehen. Das sollten Sie auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Wir widmen unsere Aufmerksamkeit in dieser Übung also ganz dem Gefühl, das durch die unangenehme Erfahrung ausgelöst wird und bewegen uns dadurch buchstäblich weg vom auslösenden Ereignis. Anschließend wird versucht, durch Konzentration auf das Gefühl in Erfahrung zu bringen, was es benötigt, um sich davon lösen zu können. Um es auf den Punkt zu bringen, all die Probleme, die wir mithilfe einer Lupe vergrößert haben, basierten auf unserer Verwicklung in Anhaftungen, Ablehnungen und fehlerhafter Beurteilung. In den Akzeptanzübungen entwickelten wir eine auf das Problem bezogene Balance dadurch, dass wir Gegnerschaft einerseits und Guthaisen andererseits aufgaben und uns genau zwischen diese beiden Pole stellten. Das Unabänderliche, was wir zunächst als solches erkennen mussten, wurde nicht mehr bewertet und nicht mehr analysiert. Unser Bestreben galt einer wohlwollend annehmenden Betrachtung. Indem wir damit in einer Fragestellung Erfolg hatten, versuchten wir diese problembezogene Balance auf viele Bereiche auszudehnen und damit die generalisierte Haltung von Gleichmut zuzulassen. Bei der Übung des Loslassens gehen wir beide Schritte nochmals gleichzeitig. Das heißt, wir begeben uns in den Balancezustand des Gleichmuts, wenden uns dem Übeltäter, zum Beispiel dem Schmerz, nur ganz kurz zu und dann hinüber zum daraus entstehenden Gefühl, zum Beispiel dem Hadern mit dem Schicksal. Wir stellen uns vor, dieses Hadern nun einzuspannen in unsere Achtsamkeitsmaschine, die uns nun zeigt, was die Gegenpole sind. Auf der einen Seite steht die Gegnerschaft und das negative Bewerten. Auf der anderen Seite das Resignieren oder Erdulden. Von beiden Polen bewegen wir uns weg und zwar genau in die Mitte. Dort betrachten wir unser Hadern mit Akzeptanz. Das heißt, wir geben das Bewerten unseres Haderns auf, wir geben das Analysieren unseres Haderns auf und wir versuchen, dieses Hadern in einer wohlwollend freundlichen Stimmung aufzunehmen. Vielleicht mögen Sie es sich einmal ganz bequem machen, so wie Sie es eine ganze Weile aushalten können. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein, lassen Sie die Schultern locker nach unten hängen, glätten Sie Ihre Gesichtsmuskeln. Vielleicht gelingt es Ihnen, ein halbes Lächeln entstehen zu lassen. Das entspannt den ganzen Körper und auch Ihren Geist. Vielleicht richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit einmal wieder auf Ihre Atmung, wie es da in Ihnen atmet. Ein und wieder aus. Ein und raus. Wir brauchen gar nichts dazu zu tun. Es geht ganz von selbst, ganz von allein. Einfach nur da sein und beobachten. Die Dinge, die ganz von alleine geschehen, ohne Ihr Zutun, ohne Anstrengung. Und indem Sie so Ihrer Atmung folgen, spüren Sie vielleicht auch, wie Ihr Geist sich langsam beruhigt und in Entspannung eintritt. Sie atmen ein und Ruhe strömt in Sie ein und Sie atmen aus und lassen Ihre Anspannung los. Ich möchte Sie nun bitten, sich etwas vorzustellen, von dem Sie das Gefühl haben, dass es Sie in Ihrem Glück beeinträchtigt. Das kann Ihr Schmerz sein, es kann aber auch jede andere leidhafte Erfahrung sein. Dann überlegen Sie eine Weile, mit was Sie heute üben möchten und suchen Sie sich dann eine dieser Erfahrungen aus. Gut. Jetzt schauen Sie sich diese Erfahrung einmal an und greifen Sie den ersten aufkommenden, damit verbundenen Gedanken auf und geben ihm ein Etikett. Zum Beispiel Ärger. Und indem Sie diesem Ausschlöser ein Etikett vergeben haben, gelang es Ihnen bereits, den Schritt der Disidentifikation zu vollziehen. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell das nun geht? Versuchen Sie jetzt bitte einmal, sich dieses Gefühl möglichst plastisch vorzustellen. Wie wäre zum Beispiel die Beschaffenheit dieses Ärgers? Könnten Sie ihm eine Farbe zuordnen? Taucht vielleicht ein Bild auf, wenn Sie an dieses Gefühl des Ärgers denken? Viele Menschen sagen sich spontan rot. Wo sitzt denn nun dieser Ärger? Sitzt er denn an der Stelle des ursprünglichen Schmerzes, den wir für unser Leid verantwortlich machten? Wahrscheinlich nicht. Nachdem Sie also mit Ihrer inneren Stimme rot als weiteres Etikett vergaben und beispielsweise Brust als Etikett für den Ort Ihres Ärgers vergaben, fragen Sie nach Größe und Beschaffenheit dieses Ärgers, wenn er denn Form annäme. Große, schwere Bleikugel meinetwegen mit. Stacheln darauf könnte die Antwort sein. Das wäre ein weiteres Etikett. Nun betrachten Sie die Größe dieser Kugel in Relation zu Ihrem Körper. Wie viel Prozent mag diese stachelige, bleierne Ärgerkugel wohl einnehmen? Fünf Prozent? Fünf Prozent fällt Ihnen spontan ein, aber gleich hinterher kommt Ihnen der Satz in den Kopf, aber was für fünf Prozent? Die haben es in sich. Jetzt gilt es nur nicht auf Verwicklungen einlassen, weiter etikettieren. Liegt diese stachelige Fünf-Prozent-Ärgerkugel, die es in sich hat, still oder bewegt? Bewegt sie sich? Sind die Begrenzungen dieser Kugel scharf oder unscharf? Natürlich könnte diese Antwort heißen, scharf wie eine Rasierklinge. Sie haben das Prinzip jetzt verstanden. Sie lassen sich nicht von dem Gefühl, das durch Ihren Schmerz ausgelöst wurde, verwickeln, sondern benennen Form, Farbe, Gestalt, Ausdehnung, Beweglichkeit einfach alles, bis Ihr Geist es leid ist, sich mit diesem Ärger auseinanderzusetzen. Sie geben die Gegnerschaft auf, ohne gut zu heißen und können sich aufs Loslassen einlassen. Nicht mehr bewerten, nicht mehr analysieren, sondern aus einer Haltung des Gleichmutes heraus annehmen, was unabänderlich ist und alles Beiwerk, das unser Geist geschaffen hat, buchstäblich in die Wüste schicken. Und mit dieser neuen Gewissheit und vielleicht auch mit einem Gefühl der Erleichterung können Sie nun in Ihr Alltagsbewusstsein und in den gegenwärtigen Augenblick zurückkehren, wenn Sie dazu bereit sind. Öffnen Sie dazu bitte Ihre Augen, falls Sie geschlossen waren und recken und strecken Sie sich, wenn Sie das möchten. Und indem Sie das tun, fühlen Sie sich ganz wach und erfrischt, ganz in sich und bei sich. Wir sind nun am Ende unserer Übungen angekommen, zugegeben, das war anstrengend. Wenn Sie aber mit Ihrer neuen Geisteshaltung der Achtsamkeit reflektieren, was letztlich mit Ihnen passiert ist, dann werden Sie mit Erstaunen feststellen, dass genau das passiert ist, was Sie ohne es zu wollen, wollten. Es ist erträglicher geworden. Mehr wollten wir ja nicht. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Okay.